Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auch der Aliengrad E-Mails 19er PIN DLC zusammen mit dem Philipp Einen Wunderschönen. Hallo. So, Philipp hat jetzt noch ein bisschen weiter unser Mikrofon umgestellt, dass man teilweise ein bisschen besser hört und ja, warte, was haben wir damit zu tun? Machen wir ein bisschen langsamer, ich komme nicht nach. Achso, du bist noch da hinten. Wir haben uns tatsächlich jetzt überlegt vom Gras-Heu einfach, weil der flackt echt noch ein bisschen viel, würde ich mal sagen. Machen wir Timelapse, oder? Ja, machen wir Timelapse. Das heißt, wir gehen jetzt... Wir haben jetzt zwar nicht besprochen, aber ist egal. Ich habe wusste, wo du hin willst. Ja, auf jeden Fall, da werden wir jetzt gleich starten. eins will ich nochmal ansprechen und zwar die letzten Tage kamen... Ja, doch, die letzten zwei Tage kamen wieder was, aber die vorigen Tage nicht. Ähm, ich war nicht das Problem, sondern YouTube hat einfach keine Videos angenommen. Keine Ahnung. Die haben einfach gesagt, ja, danke, dass du das hochgeladen hast, äh, aber wir wollen's nicht. Oh, gut, ähm, ja, haben wir dann auch geklärt. Danke, aber, ne, danke. Ja. Und ja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt über die Timelapse und wir sehen uns da später und wünscht euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020